Musik Du hast gepuppt! Wer? Na du, es riecht so! Es kann gar nicht so riechen. Wieso? Wegen meiner Winsel. Die sind vorne doppelt mit Nässefuchern verstanden und hinten mit drei Wegekappen. Die halten alles dicht. Da kommt kein Lüftchen rein oder raus. Riecht aber so, als wenn da doch ein Lüftchen rauskam. Vielleicht kann's ja bei dir. Nee, 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 nicht bei mir. Meine Windeln sind mit doppeltem Klebestreifen versiegelt. Und Aroma versiegelt. Hast du auch Blümchen auf deiner Biste? Blümchen? Hä? Nee, aber blaue Streifen. Blaue Streifen? Wieso denn blaue Streifen? Na, weil ich ein Junge bin, kann jeder sagen. Gar nicht. Jungs haben blaue Streifen auch sehr wichtig. Wie die rosa angezogen sind, das sind Mädchen. Und du meinst, das ist der einzige Unterschied zwischen Junge und Mädchen? Was denn sonst noch? Da ist aber noch was. Guck mal in deine Windeln. Ja, na und? Jetzt guck mal in meine Windeln. Eiii! Wo ist denn deine Wasserleitung? Alles unterverputzt. Und es funktioniert trotzdem? Na klar. Du bist ja ein Modell mit Sonderausführung. Wie alle Mädchen. Toll. Heute werden wir wieder gebadet. Ach, ist wieder Sonnacht? Mir macht Baden Spaß. Mir auch, aber nur wenn Mami mich badet. Papi lasse ich nicht mehr an mich ran. Warum das denn? Das letzte Mal, als er mich gebadet hat, da hat er mich immer so an den Ohren durchs Badewasser hin und her. Aber das macht man doch ganz anders. Man legt eine Hand unter den Puppen und eine Hand unter das Köpfchen. Und dann schweckt man es weh, die ganze Zeit vorsichtig nur im Badewasser. Das hat Mami auch gesagt, als sie gesehen hat, was Papi mit mir anstellt. Und was hat Papi dann gesagt? Der hat gesagt, bist du bekloppt? Meinst du, ich will mir die Hände verbrüchen? Danke. Danke. Danke.